und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus heute habe ich mal wieder ein set von lego für euch mitgebracht und zwar die lego 76919 den 2023er mclaren aus der formel 1 dabei handelt es sich um den mcl 6060 steht in diesem zusammenhang dafür dass mclaren 2023 sein 60 jubiläum gefeiert hat und ich fand auch den mclaren in der 23er konstellation als eines der schönsten fahrzeuge zumindest meine meinung ich fand auch den aston martin sehr cool und eben vor allem den mclaren und deshalb hatte ich als lego angekündigt hat dass sie diesen rausbringen auch zwei verschiedene emotionen direkt die eine war cool dass lego den rausbringt ich freue mich da schon sehr drauf und die andere war oh je hoffentlich verkacktes lego nicht und ob sie ihn richtig cool rausgebracht haben oder ob er am ende mir leider nicht zusagt das finden wir natürlich zusammen raus ein thema was aber auch schon vorher heiß diskutiert wurde ist natürlich die erneute preiserhöhung ich meine 25 euro für die speed champions hat ja immer bedeutet dass man sie im angebot für knapp 120 euro bekommen hat und das ist jetzt passé da die uvp bei 26 euro 99 liegt und man damit dieses fahrzeug im angebot wahrscheinlich nicht mehr unter 20 euro bekommen wird und das finde ich sehr schade und ich hoffe dass das der speed champions reihe nicht auf lange sicht schadet was mir schon mal sehr viel mut macht ist dass die reifen hier bedruckt sind und auch die felgenteile bedruckt sind so viel habe ich natürlich auch schon mitbekommen und das ist für mich bei einem formel 1 wagen super wichtig genauso dass er slicks hat und das ist hier auch umgesetzt auf der rückseite sehen wir dann noch mal den mclaren von hinten als set noch mal eine sicht ins cockpit und wir sehen den echten mclaren hier abgebildet also gerade mit der präsentationsbeleuchtung finde ich den richtig richtig cool aber ich würde sagen ich mache das ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und hier seht ihr auch schon die steine tüten das set ist tatsächlich in drei bauabschnitte unterteilt ob das wirklich nötig ist bei so wenigen teilen ich habe da meine zweifel aber naja wir reden über lego hier wird eben jeder inkludiert und wirklich gar keiner hängen gelassen über die steinequalität reden wir natürlich wie immer nach dem bau denn ich denke ich werde dieses set in einem ritt durchbauen hier wird es keine zwischenbauschritte benötigen wenn wir auch wirklich etwas zur steinequalität sagen können dann haben wir natürlich noch die anleitung die anleitung ist wieder klammer gebunden und eine typische lego anleitung da gibt es keine überraschungen es wird nichts ausgegraut sondern alles weiterhin vollfarbe dargestellt und neue teile werden mit pfeilen dargestellt pro seite geht da nicht wirklich was voran da werden nur sehr wenige teile verbaut die anleitung ist eben sehr einfach gehalten insgesamt haben wir 107 bauschritte auf 78 seiten verteilt dann haben wir noch mal auf der 80 seite das fertige fahrzeug abgebildet wir haben hier noch einmal einen werbeblock für die anderen speed champions und ganz ehrlich der audi ist für mich auch im pflichtkauf den werde ich mir zulegen und auf den letzten zwei seiten haben wir noch eine teile liste ihr könnt euch das video wie immer gerne anhalten wenn euch das ganze besonders interessiert was mir aber leider wieder bei dieser anleitung fehlt ist für ein lizenzprodukt dass man dort ein bisschen die liebe zum vorbild spürt indem eben ein paar fakten zum fahrzeug sind oder auch irgendwelche infos zu mclaren als lizenzgeber aber das eben gar nichts dabei und das finde ich sehr sehr schade was ich auch schon mal sehr sehr schade finde ist dass wir hier keinen wirklichen fahrer dabei haben und auch keine fahrernummern sondern es ein generischer mclaren mit generischem fahrer ist und da hätte es mir besser gefallen wenn man wieder die möglichkeit hätte zwischen den zwei fahrern also in diesem fall piastri und eben norris zu unterscheiden und was man auch noch in der anleitung findet ist dieser sticker bogen das ist natürlich wieder einiges aber okay wir sind hier bei speed champions da erwartet man nicht viel anderes und ich bin mal gespannt ob wir auch noch ein paar bedruckte sachen außer den felgen und den reifen in diesem set vorfinden werden denn ich habe mich extra nicht in irgendeiner review oder ähnlichen spoilern lassen ich freue mich auf jeden fall sehr auf dieses set und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen mclaren wieder und dann ist die lego 76919 der mcl 60 aus der saison 2023 auch schon fertig ich hatte mit diesem set baumäßig wirklich spaß hier sind nette bautechniken drin gerade wie die nase vorn festgemacht ist und vor allen dingen wie hier teile verwendet werden ist hier wirklich richtig richtig stark und ich glaube von der konstruktion mit der spannendste originale speed champion den ich je gebaut habe und das soll etwas heißen denn ich habe wirklich schon einige auf dem kerbholz also von der seite hatte ich wie gesagt richtig freude einmal ist das die angedeutete rad aufhängung hier zum beispiel die ganz ganz simpel mit einer c klem und einem griff von einem eimer gemacht wurde vorn und auch hinten die idee finde ich sehr gut und mein persönlicher absoluter liebling ist ja wie hier hinten das heckteil gebaut wurde und diese heckflosse die nach hinten aus steht denn wenn wir das ganze hier einfach mal etwas zur seite drücken wir haben hier drin einfach einen ski verbaut und wenn man das wieder schön zusammendrückt hat man wieder die heckflosse also das sind echt kreative ideen und das hat mir sehr sehr viel freude gemacht sehr viel freude gemacht hat mir ebenfalls dass hier doch auch einige prints dabei sind natürlich bei weitem nicht alles ihr habt ja vorhin den stickerbogen gesehen aber es sind doch ein paar teile geprintet unter anderem haben wir hier vorne bei der nase dieses kleine teil beprintet dann haben wir auch dieses teil hier beprintet über die qualität der prints reden wir dann natürlich gleich nochmal dann die räder und die felgen hier oben das teil ist beprintet dann das untere teil und dieser farbübergang ist beprintet bei dem chrome logo handelt es sich um ein sticker und auch am lenkrad haben wir in einen wirklich schönen print aber wie gesagt wir müssen leider noch mal über die qualität der prints reden denn hier vorne bei der nase fällt es natürlich sehr auf und auch bei dem übergang hier hinten es schimmert durch das blau und besonders durch das orange sehr sehr stark der schwarze stein da ist leider die druckqualität nicht besonders gut ich finde es generell gut dass gedruckt wird das ist schon mal ein fortschritt aber da können sie echt nochmal nachschärfen das wäre wichtig denn dieses fahrzeug hier ist nicht zum spielen geeignet das sage ich gleich hier sind viel zu viele teile die schnell abfallen können um diese form darzustellen und gerade dann ist es natürlich wichtig wenn man das eher als display set betrachtet dass eben solche teile wenn sie bedruckt sind dann auch gut aussehen mir ist es immer noch lieber als wenn alle sticker sind aber gerade im mix mit stickern die ja dann zumindest von der farbtreue hier besser gelungen sind als die prints fällt das natürlich sofort auf dafür sehen die prints aber in zehn jahren immer noch genauso aus und die sticker eben leider nicht aussehensmäßig finde ich den wagen wirklich sehr sehr gelungen bis auf eine sache darüber reden wir gleich ich finde sie haben das vorbild für einen kleinen speed champion hier sehr gut getroffen und das eben auch durch die kreative teileverwendung also das hat mir sehr sehr viel freude gemacht was aber aussehensmäßig abgesehen von den prints natürlich stört und das finde ich sehr schade ist dass wir hier vorn sowie hinten dieselbe reifenbreite haben jetzt kann man natürlich sagen ja bei so einem kleinen set bei so einem speed champion da ist das in ordnung und irgendwo ist es natürlich nachvollziehbar wir haben uns aber vor nicht allzu langer zeit diesen kollegen hier angeschaut und das ist der red bull rb 19 von rasta und wenn wir uns diesen kollegen anschauen und am besten ein bisschen staub der da drauf ist ignorieren dann sehen wir wir haben hier zum einen auch die coolen slicks und die coole bedruckung und hier haben wir hinten richtig schöne dicke walzen und vorn die dünneren reifen was natürlich dann realitäts näher ist und bei einem hardcore formel 1 fan natürlich besser ankommt als wenn die reifen wie bei diesem gleich dick sind und der wagen von rasta ist auch noch ein stückchen größer qualitativ mindestens auf dem gleichen niveau und spielt in der gleichen preiskategorie wenn wir hier die uvps vergleichen was der wagen von rasta aber nicht dabei hat ist eine figur die schauen wir uns gleich auch noch zusammen an was mir noch an detail besonders gut gefällt bei den reifen ich gehe mal davon aus es ist so erwünscht und nicht ein produktionsfehler ist dass die reifen obwohl es flicks sind eine relativ frau oberfläche haben und das ist natürlich realistischer als die komplett neuen slicks weil die reifen ja oftmals in der formel 1 wieder aufbereitet werden und dann natürlich nicht komplett werks neu aussehen und auch beim fahren sehr schnell abrieb und graining entstehen kann wodurch man eine etwas raue oberfläche auf den slicks hat das finde ich hat lego hier schöner dargestellt als die variante von rasta wenn wir uns jetzt die figur anschauen dann haben wir hier dieses männchen man kann sich jetzt rein denken ob es der fahrer oder ein mechaniker ist denn es ist eine komplett generische figur wir haben hier auch kein wendegesicht und keine namensnennung ich finde das wie gesagt etwas schade dass man hier kein lendo norris draus machen kann oder ein oscar piastri je nachdem wie man spaß hat sondern das fahrzeug sowie die figur hier komplett generisch ist ich finde lego hätte sich kein zacken aus der krone gebrochen wenn sie zwei teile mehr reingelegt hätten und man dann das fahrzeug von seinem jeweiligen vorbild hier hätte bauen können generell finde ich die figur in ordnung aber es ist jetzt auch kein super highlight die brust und die beine sind bedruckt seitlich leider nicht und bei dem rücken haben wir noch mal ein print die print qualität könnte etwas besser sein und wie gesagt das ganze ist okay aber nichts weltbewegendes was ich aber schön findet der helm ist bedruckt zwar nicht so detailliert wie manch andere sets aber immerhin haben wir ein print drauf und es ist kein normaler standard helm und eine frise haben wir auch noch dabei wenn man das männchen ohne den helm haben möchte so sehen übrigens richtig cool bedruckte helme aus der hier ist aus einem tgl set was einem gewissen roten hersteller aus maranello nachempfunden wurde auch dazu findet ihr ein video auf meinem kanal und ich verlinke es euch natürlich auch gerne in der beschreibung schön ist noch dass wir lego typisch einige kleine ersatzteilchen dabei haben unter anderem ein visier noch mal das bedruckte teil von der schnauze und einen ersatz spiegel da geht also so schnell nichts schief alles in allem hatte ich sehr viel spaß mit diesem set besonders was die kreativität von der konstruktion angeht und auch das resultat vom aussehen am ende klar wir haben hier ein paar sachen die nicht wirklich detailgetreu sind wie eben die hinter reifen breite davon abgesehen haben wir aber wieder sachen die wirklich sehr detailliert sind wie das die reifen dann eben ein gewisses draining aufweisen und man sieht bei diesem set dass sich lego wirklich sehr bemüht hat und sie sind hier auf einem sehr sehr guten weg wenn sie noch ein paar fehler abstellen wie die schwache druckqualität und ein wenig mehr detailliebe reinbringen das würde man eben auch in der anleitung vermissen dass dort ein paar fakten zum fahrzeug stehen dann hätte ich an diesem set so gut wie nichts auszusetzen und bei diesem set kann ich guten gewissens eine kaufempfehlung rausgeben schade finde ich die preiserhöhung trotzdem ich hoffe wie gesagt dass das der speed champions serie nicht auf lange zeit schadet denn lego zeigt hier rein konstruktionsmäßig dass sie immer noch bock haben und es auch immer noch können eventuell hat hier auch die starke konkurrenz wie rasta oder kada einfach etwas dazu beigetragen das lego sich noch mal ein wenig mehr ins zeug gelegt hat wie man so schön sagt konkurrenz belebt das geschäft wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir mal gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen wo ihr auch gerne vorbeischauen könnt sind die jungs von let's prick da habe ich dieses set wieder im stream gebaut und ich hatte auch dort sehr viel freude ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein neue value brick wie 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 können